Euch interessiert, wie es hinter den Kulissen von OrgaTV aussieht und hegt vielleicht sogar heimlich den Wunsch, selbst Teil des Projekts zu werden? Wir zeigen euch, auf was ihr euch alles freuen könnt. Was ist eigentlich OrgaTV? Wöchentlich mittwochs um 18.18 Uhr, Spannung, Nervenkitzel und Spaß garantiert, startet die Live-Sendung. Von Studenten für Studenten. Bei OrgaTV wird kreativen Köpfen die Möglichkeit geboten, eine eigene Internet-TV-Produktion auf die Beine zu stellen und eine erfrischende Abwechslung zum, naja, doch manchmal etwas trockenen BWL-Alltag zu finden. Videos schneiden Beiträge, mischen Sounds, senden live, moderieren und vieles mehr. Hier ist Teamwork gefragt, denn um neue Herausforderungen zu meistern, braucht es eigenverantwortliches und eigenständiges Arbeiten. Mit Medien kommunizieren statt über Medien kommunizieren, lautet das Motto. Ihr erlangt Einblicke in Programme wie Photoshop und Premiere Pro, sammelt Erfahrungen im Bereich Social Media und Homepage-Pflege, lernt Kamera- und Studiotechnik kennen. Auch Organisationstalent ist gefragt, denn um die wöchentliche Sendung termingerecht auf die Beine zu stellen, müssen Beiträge geplant, gedreht und geschnitten werden. Das sind aber nicht die einzigen Aufgaben. Für eine gute Sendung müssen Moderationen, Studiogäste und Promotion stimmen. Das klingt nach viel Arbeit. Ist auch so. Diese Arbeit wird aber auch belohnt, denn neben dem Spaßfaktor kommt ihr mit vielen interessanten Menschen und ihren Geschichten in Kontakt. Und obendrein gibt es für dieses Studienprojekt 15 Credit Points für euer Masterstudium. Wir sind begeistert. Seid ihr es auch? Dann bewerbt euch für das kommende Semester am Lehrstuhl von Professor Scholz.